Ey, da seht ihr es, davor waren da voll locker, so ich glaube so drei oder vier Vögel, jetzt sind nicht mehr ganz so viele, das war voll ein Wunder der Natur oder so eine Scheiße, ey. Nur, dass ihr mal seht, wie das so aussieht, von Natur von Wunder.